Herzlich Willkommen wieder hier zurück bei Dishonored. Letztes Mal der gescheiterte Versuch hier durchzukommen. Und ich glaube ich weiß noch was das Problem war. Man kann sich ja... man kann alle wegschnetzeln oder man geht einfach ganz gewieft... ...oder man geht da einfach ganz gewieft durch die Sache durch und lässt sie nicht entdecken. Dieses nicht entdecken lassen wollte ich dieses Mal mal ausprobieren. Der hat uns schon gespürt. Wollte ich halt dieses Mal mal ausprobieren, weil ich glaube ich habe die Kraft... ...die Fähigkeit... kann man da drüben eigentlich rüber gehen? Ach, da kann man ja rüber gehen. Die Treppen führen dort hoch. Da drüben. Da kann man hoch und dann... ...kann man... ...da oben sind die. Ich probiere einfach mal... ...Gießeroption. Hier. Ach, wie cool, die bewegt sich sogar. Ah, das sind wieder nette Ratten. So. Sieht aber schon cool hier aus. Da oben ist das Ding... ...ääh, äh, 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 äh. Da vorne muss ich hin. Kann ich? Ne, geht leider nicht, okay. Schade. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel... ...da ist das Ding. Jetzt wollte ich mal schauen, ob ich die Fähigkeit habe, die... ...Zeit... ...was rauscht denn dazu? Äh, die Zeit zu verlangsamen. Nachtsicht. Windstoß. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die HBR schon. Nachtsicht. Ich... ...ich glaube... ...nein. Teleportieren. Ich glaube nicht. Ich gehe einfach mal in... ...die Kräfte. Oh, schade. Habe ich leider noch nicht. Ah. Schade. Kann man nicht was verkaufen? Erworben. Stufe 2. Knochenartefakte. Ich weiß gar nicht. Kann man die verkaufen? Oder irgendwas hier? Kräfte? Notizen? Schade. Dann kann ich das anscheinend nicht machen. Okay, dann muss ich anscheinend... Wohl überübel. Wohl ober. Wohl oberübel. Äh? Doch diese Seile verwenden. Wollte ich hier einfach... Ach nee, das geht ja gar nicht. Da muss ich ja wieder... Äh, 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 äh. Schnell weg. Ähm, außenrum. Also untenrum. Oh, das ist alles so verzwickt hier. Alles so verzweigt, verzwickt. Oder ich kann einfach mal probieren... Äh, eine Flasche zu schmeißen. Wäre eigentlich auch eine... Kann man da irgendwie... Nee. Ah, ist natürlich... Hilfe. Schade. Da war doch gerade irgendwas. Hier unten gefällt es mir nicht. Und, äh, die ganze... Die Atmosphäre ist ja eigentlich... Extrem. Cool. So, jetzt habe ich die abgelenkt. Jetzt geht es los. Ich bin doch kein Abschaum. Okay. Kann wohl dauern. Schattenangriff. Moment, ich probier mal. Nachtsicht. Boah, wie geil. Also das hier ist... Also diese Nachtsicht, gell? Da ist schon einer tot. Das sind diese Fische. Diese Nachtsicht ist ja... Eigentlich... Extrem geil. Hört ihr mich? Also diese Nachtsicht ist ja eigentlich extrem geil. Ich weiß auch nicht, ob das... Irgendwas... Vom Elixier verbraucht. Was? Wer war das? Okay, gibt es hier noch eine Flasche? Ich würde die gerne... öffnen. Öffnen. Ach nee, leider nicht. Moment, kann ich? Boah, die Musik, die ist so traurig. Aber schön. Traurig, aber schön. Muss man sagen. Ist ja der Brief noch drin? Nein. Okay, die Flaschen hier kann ich aufnehmen. Ja, ich will es unbedingt nochmal probieren. Einmal. Wenn das da nichts bringt, dann... Wenn er zurückkommt, verdiene ich mir noch eine Beförderung. Kein der Hund eigentlich die Tür. Ach, die können die doch auch... Aufmachen. Gut zu wissen. Sind jetzt alle weg? Alle außer dem Hund, glaube ich. So, jetzt muss ich dort irgendwie vorbei. Hier muss ich jetzt irgendwie... Mich vorbeischleichen. Ich weiß aber noch nicht... Wie. Ich probiere einfach mal, ähm, hier zu speichern. Spielspeichern. Ah, das kann ich sogar. Okay. Dann speichere ich hier einfach mal ganz kurz. Gespeichert. Gut, jetzt bin ich einfach mal gespannt und probiere aus. Ich weiß nämlich nicht... Äh, wie man... Äh, wie man... Hier vorbeikommen soll und... Moment, wenn... Ist das hier der Generator? Boah, wie geil. Ich hab'n ausgemacht. Ich hab'n ausgemacht. Wo ist der andere? Ich probier' mal was. Ich probier' mal was. Ah! Ach, das meine Güte. Ja. Bam! Hier alles einsammeln. Was man hier nur finden kann. Gibt es hier sonst noch was? Ups. Das war nicht so gut. Oh, nein. Gute Nacht, Rundi-Line. Gute Nacht, Rundi-Line. Oh. Yeah, ich greife an. Ich weiß gar nicht, sind noch welche da? Da liegen lauter Tote. Ne, äh, ne, 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 ne. Ich glaub' es sind... Boah, mein Herz... Es klopft gerade so extrem. Spiel speichern. Ja, ich will speichern. Aber ich bin gerade so in Angsthase. Ich hab' es... Wirklich bis jetzt gut... Äh... ...gemacht und geschafft, dass ich hierher gekommen bin. Ich hätte es... Die Alarmanlage deaktiviert. Okay, ich hätte wirklich niemals gedacht, dass ich... ...es bis hierher schaffen würde. Aber anscheinend hab' ich es geschafft. Alles schön aufnehmen. Dankeschön. Gibt es hier sonst noch was? Nein. Okay, da blinkt noch was. Brot. Okay, jetzt schau' ich mal nach, wie viele... Ach, ne, das kann ich, glaub' ich, nur im... ...Jot... ...Äh, Inventar machen. Inventar. Ich hab' noch sechs. Okay, das dürfte ein bisschen reichen. Okay, jetzt geh' ich mal hoch, um zu schauen. Ah! Kann ich da hin? Ah, irgendwie... Oh, das ist ja... Okay, das ist ja... ...Dollar... ...Dollar? ...Dollar? Soll ich hier? Oh-oh! Vielen Dank.